Heute dreht sich alles ums Thema Ausmisten und wie man das Ganze ins Bullet Journal integrieren kann. Hi, ich bin Lisa von Einfach Lilienhaft. Ich glaube, diese ganze Zuhause-Zeit bringt auch mit sich, dass man doch mal ein bisschen genauer um sich rumschaut und feststellt, dass man vielleicht das eine oder andere nicht braucht. Auch genau so ist es bei mir momentan und ich denke mir so, ich will endlich mal richtig ausmisten. Und das Ganze habe ich mir jetzt auch vorgenommen. Ich habe schon vor ungefähr drei oder vier Jahren dieses Buch Magic Cleaning von Marie Kondo gelesen. Das ist ja mittlerweile in aller Munde und auch eigentlich schon wieder draußen. Also auf jeden Fall habe ich das gelesen und fand das damals sehr inspirierend und wollte das auch umsetzen, habe es aber de facto nie getan. Jetzt habe ich das Ganze mal wieder rausgekramt und habe mir überlegt, wie kann ich denn das nun in meinem Bullet Journal vielleicht entsprechend begleiten, dass ich da den ganzen Prozess beobachten kann, wie ich wirklich vorankomme. Und bei mir funktioniert das immer ganz gut, wenn ich einfach so Sachen auch abhaken kann und einfach das Gefühl habe, ich nähere mich dem Ziel. Und das Ganze zeige ich dir jetzt mal, wie wir das umsetzen können, wenn wir wirklich so einen Aufräumplan integrieren wollen. Ich habe mir dann auch so ein Vier-Wochen-Modell überlegt, dass man wirklich da beobachten kann, wie man die verschiedenen Themen eben abhakt. Ich benötige für dieses Layout insgesamt zwei Seiten, wobei ich die linke Seite jetzt erstmal in der Mitte aufteile, einfach nur mit einem Bleistiftstrich, damit ich das eben komplett nutzen kann, also die ganze A4-Breite. Und dann ist es bei diesem Buch von Marie Kondo eben so, dass sie nicht danach geht, welche Räume man quasi aufräumen soll, sondern es geht nach Kategorien. Vielleicht kennst du das Buch von ihr, wenn nicht, dann schau mal in die Videobeschreibung, da verlinke ich dir das natürlich auch. Und da geht es eben darum, in verschiedenen Kategorien wirklich alle Teile zusammenzusuchen und dann wirklich auszusortieren. Was brauche ich davon noch und was brauche ich nicht mehr? Sie geht da noch einen Schritt weiter. Sie sagt eher so nach dem Motto, was lässt mich sozusagen glücklich fühlen oder was lässt mich gut fühlen? Und danach soll man so ein bisschen unterscheiden. Aber wenn wir es jetzt mal so ein bisschen pragmatisch betrachten, gehen wir also durch die einzelnen Kategorien und schauen die uns wirklich miteinander an. Und die können ja teilweise in unterschiedlichen Räumen stecken. Kategorie 3 ist das Thema Papierkram und bei mir sicherlich eine große Baustelle. Und da schlägt sie vor, Sachen erst mal danach zu unterteilen, wie man sie in Verwendung hat. Also Kategorie A sagt sie, benutze ich momentan. Dann gibt es die Kategorie B, Sachen, die eine Weile wichtig sind. Und dann gibt es eben so Sachen, die man für immer aufbewahren muss, weil man sie einfach aufbewahren muss. Und danach soll man diese Sachen erst mal einsortieren. Prinzipiell kommt ansonsten alles weg bei ihr. Sie ist da relativ rigoros. Und dann schlägt sie vor, drei Ordner zu machen, die die Überschriften oder auch einfach nur Boxen, die die Überschriften haben, unbearbeitet aufbewahren. Und da unterscheidet sie in so gut wie nie benötigt und wird gelegentlich benötigt. Und das können eben auch Kisten sein, in die man dann alles reinpackt. Und dann sollte man theoretisch vieles wiederfinden. Bei dem Thema Papierkram hat sie noch mal gesondert ausgewiesen, die Themen Gebrauchsanweisungen, Kontoauszüge. Deshalb habe ich mir das jetzt hier extra noch mal aufgeschrieben. Denn da möchte ich wirklich noch mal ganz genau durchgehen. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib ihm unbedingt einen Daumen nach oben. Und generell, wenn dich die Themen Bullet Journaling und Handlettering interessieren, dann bist du hier genau richtig. Dann abonniere gern meinen Kanal. Aktiviere auch die Glocke, denn dann wirst du immer über neue Videos informiert. Dann ist ein viertes Thema Kleinkram. Und da gehört ziemlich viel darunter. Denn das ist wirklich bunt durch die Wohnung hindurch. Also über das Bad, was wahrscheinlich so Körperpflege und Make-up-Artikel enthält. Dann Schmuck, Technikgeräte, Schreibwaren, Medikamente, Putzmittel. Dann die Küchenutensilien. Also das ist wirklich ein bunter Mix. Und es geht eigentlich eher bei ihr darum, sich sozusagen vom Schwierigkeitsgrad zu steigern. Und sie geht eben davon aus, dass das Sortieren des Kleiderschranks erstmal die einfachste Kategorie ist. Deshalb fängt sie zum Beispiel damit an. Und das Thema Sentimentales, das ist eben besonders schwierig für viele. Und deshalb ist das eben die letzte Kategorie. Um das jetzt optisch noch ein bisschen zu unterteilen, gebe ich dem Ganzen hier noch ein bisschen Farbe in den Überschriften. Und dann habe ich hier ja diese besonderen Kategorien bei dem Papierkram. Deshalb unterstreiche ich mir das jetzt nochmal. Das ist ja nichts zum Abkreuzen, sondern mehr eine Orientierung, wie ich die Sache eben sortieren möchte. Und deshalb habe ich das jetzt nochmal so ein bisschen hervorgehoben. Ich fand das aber relativ wichtig, um das eben genau im Blick zu behalten. Ja, und dann gibt es schon drei Sachen, die ich eigentlich abhaken kann. Romane, Sachbücher habe ich schon durchsortiert. Und CDs und DVDs habe ich auch schon durchsortiert. Und jetzt kommen wir zu einer Struktur, die ich mir dann überlegt habe, um das Ganze so ein bisschen systematisch anzugehen. Dafür brauchst du für jede Kategorie unterschiedliche Farben von Klebezetteln. Und jetzt schreibe ich mir wirklich nochmal alle Kategorien auf diese Klebezettel. Alle, die jetzt übrig geblieben sind, bis auf die drei, die ich eben schon erledigt habe. Und schreibe die wirklich alle auf diese Klebchen. Und ich kann dir empfehlen, da vielleicht ein bisschen stabilere Klebchen zu verwenden als ich. Die, die ich hier habe, die sind wirklich sehr fein und dünn. Führt natürlich auch dazu, dass das Buch dann nicht so die Probleme damit hat. Also, dass man dann nicht immer das Gefühl hat, dass da irgendwie Zettel kleben würden. Das ist ganz nett. Aber sie sind doch sehr rutschig. Aber ja, also schau, was du da da hast. Ich glaube, das geht mit ziemlich vielen Klebezetteln. Und jetzt widmen wir uns der rechten Seite. Und ich habe mir überlegt, ja, auf der linken Seite wollte ich der ganzen Sache keine Überschrift spendieren, weil ich wirklich den ganzen Platz ausnutzen wollte. Und weil ich ja auch nicht wusste, wie viel ich nach unten hin benötige. Ich habe das zwar so ein bisschen grob überschlagen, aber ich wusste schon, dass das eng werden könnte. Und deshalb habe ich die Überschrift nach rechts verlagert. Und hier übe ich jetzt einfach mal wieder ein bisschen Lettering und habe mich hier für so wirkliche Blockbuchstaben entschieden. Das ist eine Technik, die man immer mal wieder rausholen kann. Gerade so dieses plastische Denken, also dieses 2D-Denken, dass man eben die Buchstaben aber wirklich in diese Kästen aufteilt. Das finde ich immer eine ganz schöne Aufgabe. Macht mir immer sehr viel Spaß und habe ich hier mal wieder probiert. Also hier schreibe ich also KonMari hin. So heißt diese Methode nach ihr benannt. Und das ist eben ein ganz gutes kurzes Wort gewesen. Passt ganz gut dahin. Dafür habe ich mir eben diese sieben Kästen unterteilt. Die haben alle die gleiche Höhe. Und dadurch werden die Buchstaben natürlich auch sehr gleichmäßig, dass die wirklich zueinander passen. Und da kann man ja das wirklich sehr strikt eben nach den Abmessungen machen bei diesen Buchstaben. Und da die jetzt so ein bisschen leer aussehen, habe ich mir jetzt noch überlegt, punkte ich das Ganze noch so ein bisschen. Aber nicht wie sonst immer so von unten nach oben oder oben nach unten, sondern mal so seitlich. Das wollte ich einfach mal ausprobieren. Und hier nochmal der Tipp. Dazu ist so ein Bullet Journal halt auch wirklich gut, dass man einfach mal ein paar Techniken ausprobieren kann, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, mit diesen Blockbuchstaben und dann einfach mal zu probieren, okay, wie sieht denn das aus, wenn ich das jetzt hier so seitlich punkte. Und dafür habe ich mir einfach eine Linie nochmal durchs Zentrum aller Buchstaben gezogen und habe dann wirklich da strikt hingepunktet. Der nächste Teil ist dann, vier Elemente einzuteilen, also vier Spalten. Und das sind meine vier Wochen. Ich habe mir dieses Projekt jetzt für die nächsten vier Wochen vorgenommen. Ich fürchte, dass es sehr ambitioniert, so wie ich mich kenne. Aber man kann ja mal daran glauben. Und deshalb habe ich eben mir hier diese vier Blöcke angelegt. Und du kannst dir jetzt vielleicht schon denken, dass in diese Blöcke eben diese Klebchen reinkommen. Und deshalb brauche ich da relativ viel Platz. Jetzt habe ich hier einfach nur Woche 1 bis 4 herangeschrieben, wann du dann damit startest. Das kann ja auch sehr flexibel sein. Und deshalb habe ich das jetzt gar nicht mit Daten gemacht, sondern wirklich nach Wochen. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, okay, diese Kategorien, die sie da aufgemacht hat, die sind schon gut. Und das ist ja auch die Reihenfolge, die sie sozusagen vorschlägt. Aber ich kenne mich. Manche Sachen, das wird dann bei mir länger dauern. So habe ich zum Beispiel die Taschen und Schuhe dann in die zweite Woche verschoben und habe dann da weitergemacht mit den grünen Kategorien. Wobei ich auch hier weiß, da werde ich nicht durchkommen, weil das dann einfach zu viel auf einer Woche ist. Und so habe ich mir die einfach erst mal, ja, vorgeklebt. Und du siehst, ich habe jetzt hier maximal acht Themen in einem Feld, sodass es auch nicht zu viel wird. Wahrscheinlich ist es trotzdem noch zu viel. Aber das ist mal so die grobe Ordnung. Und das Schöne an diesen Klebezetteln ist eben, dass du nun jederzeit ein Zettelchen abnehmen kannst, wenn du merkst, okay, das hat nicht gepasst. Und dann klebst du es eben woanders hin. Und das ist die ganze Idee. Vielleicht kennst du das auch von diesen Kanban-Boards. Das wird ja im Projektmanagement auch verwendet. Und da arbeitet man ja auch mit diesen verschiebbaren Elementen, dass man immer wieder diese Kärtchen in unterschiedliche Wochen verschiebt oder nach Tagen und damit eben sein Projektmanagement macht. Und ich würde mal sagen, es handelt sich hier doch schon um ein Projekt. Verrate mir doch mal in den Kommentaren, was du von dieser Übersicht hältst. Hast du auch schon mal nach Marie Kondo oder KonMari ausgemistet? Interessiert dich das Thema generell? Soll ich da vielleicht eine kleine Fortsetzung auch drehen? Wenn ich das Ganze umgesetzt habe, lass mich das unbedingt in den Kommentaren wissen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Ich freue mich drauf.